Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Yamabuki verfärbt sich. Dieter möchte das wissen. Hallo Herr Kammerer. In meinem ca. 8, bei meinem ca. 8 Jahre alten Yamabuki verfärben sich die Schuppen orange. Kann das vom Futter sein? Ich habe heuer Limited Edition 2019 gefüttert und seit ca. 2 Wochen Nihon. Viele Grüße und weiter so Dieter. Man kann mit Futter grundsätzlich Fische fürchterlich verfärben. Das geht aber erst, wenn Unmengen an Spirulina drin sind. Wenn man mal fern der 5% ist, da kann man natürlich Kohaku schön rot machen. Zumindest solange sie diese Diät bekommen. Man kann aber auch alle Fehlfarben dadurch unterstützen. Yamabuki neigen grundsätzlich genetisch zu diesem Nibani. Also sind die orangefarben ein Schimmi. Und ich kann dir versichern, sowohl im Nihon als auch im Limited Edition und in allen anderen unserer Futter-Sorten ist die gleiche Menge an Spirulina drin. Und wir haben das nicht mal hoch angesetzt, sondern konservativ eher tief. Weil in Japan geht man davon aus, dass wenn zumindest langfristig hohe Spirulina-Gaben gegeben werden, dass das zu Darmproblemen beim Koi führen kann. Und darum sind wir da sehr konservativ. Auch Konishi ist konservativ. Und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass es genetisch ist. Wir haben letztes Jahr 30, 40 Yamabuki versteigert und verkauft, haben die im Frühjahr dann importiert, wie jedes Jahr. Und über den Winter sind ungefähr 10% der Yamabuki sind zu Orange-Ogon geworden. Da war also der Effekt so stark, dass sie komplett durchgefärbt sind. Andere haben leichte Flecken bekommen. Also sowas ist in der Regel immer eine Einzelfisch-Geschichte. Und vor allem ganz wichtig ist, wenn du jetzt gleichzeitig beobachten würdest, dass die weiße Haut vieler deiner Koi extrem gelb wird oder dass auch andere Koi, auch Kohaku neigen zum Nibanhi, Shiro Uzzuri neigen zum Nibanhi, Showa neigen zum Nibanhi. Also wenn du beobachten würdest, dass sich beim Rot, beim Gelb, beim Orange vieler Fische sich das stark verändert, dann kannst du davon ausgehen, dass ein Futtereinfluss da ist. Aber wenn es nun eins noch Fisch betrifft, dann musst oder kannst du eigentlich sehr sicher davon ausgehen, dass das eine genetische Geschichte ist. Und die kann natürlich auch noch nach acht Jahren durchschlagen. Interessant wäre zu wissen, wie groß sind die Flecken? Sind das kleine Stecknadelkopfgroße Flecken? Oder ist das eher großflächig? Wie stark orange sind sie? Ist es nur so ganz leicht? Das ganz Leichte kann im Sommer mal kommen, kann im Winter auch wieder verschwinden. Also von daher, das ist jetzt alles mal vage beschrieben, von mir auch vage erklärt. Aber grundsätzlich, wenn es einzelne Fische betrifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Genetik ist, groß. Wenn es den ganzen Bestand betrifft, dann ist es in der Regel, hängt es mit dem Futter zusammen. Aber wie gesagt, unsere Futtersorten haben konservativ Spirulina, so dass die Fische schön sind, aber dass keine Fehlfarben verstärkt werden und gleichzeitig der Fisch auch langfristig nicht unter zu viel Spirulina leidet. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Blog und schauen Sie einfach mal wieder rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.